Bum, 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 ja, bum Moin und herzlich willkommen zurück in San Marino Heute geht es um das Pokalfinale und den Saisonübergang Aber bevor wir mit dem Pokalfinale anfangen Möchte ich mir erstmal zusammen mit euch Die Auf- und Abwertungsrunde zum Saisonende anschauen Denn da könnte ja vielleicht was passieren Schauen wir mal gemeinsam, was uns erwartet Cirillo hat jetzt nicht die beste Saison gehabt Ich beschleunige mal eben Aber hat ein Punkt dazu gewonnen Nein, nicht hurtig Schnell So, Mantovani macht einen fitten Eindruck Cannavaro, präzise Vorlagen Sorrentino, defensives Stellungsspiel Oh, das wird interessant Zwei Torriecher Ja, die Aufwertung und ganze Punkte halten sich so ein bisschen in Grenzen Aber hier, sechs Punkte, defensives Stellungsspiel hier Briano, zweimal Ruhe Und viermal Ruhe kriegt Canassa Einen ganzen Punkt kriegt Petrucci Und defensives Stellungsspiel Und defensives Stellungsspiel Gicciardini, der hat viele Punkte diese Saison gemacht Und kriegt nochmal zwei auf Ruhe Milozzi Ja, hat auch noch einen Punkt gekriegt Ja, hat auch noch einen Punkt gekriegt Hat sie die Saison ein bisschen schwer gehabt, aber Amore kriegt zwei auf Ruhe Coppola Kriegt einen ganzen Punkt, sehr schön Zwei Punkte sogar, Wahnsinn Und Ika Meri Lainen Kriegt auch einen Punkt auf Stärke So, jetzt kommt die Reserve Mal schauen, was da so dabei ist Ja, okay, es wird sehr viel Moment, das können wir hier mal beschleunigen Es wird sehr viel solche Abwertungen gehen Weil wir die gar nicht haben spielen lassen Ja Das können wir erstmal ignorieren Ah Es sind aber ein paar Oh Da waren ein paar dabei Okay Aber ich habe mit vielen Abwertungen gerechnet Weil wir viele ja gar nicht aufstellen Schade, er wurde ein bisschen abgewertet Aber er ist kräftiger geworden Schön, schön Ja gut, das war die Auf- und Abwertungsrunde Und schauen wir mal, was passiert sonst noch Denn ansonsten würde ich ihn nochmal weitergeben Ach ja, guck mal hier Hier können wir nochmal begutachten, wie unser Tipp war Ja Man konnte die Man konnte es zu Beginn überhaupt nicht einschätzen Wie sich das entwickeln würde Das ging ja überhaupt nicht Diese Mannschaften haben sich ja komplett verändert Also es ist Ist klar, dass es schlecht werden würde Also die Wahrscheinlichkeit auf einen Versagen war ziemlich hoch Aber das wird sich Denke ich mal in der nächsten Saison Immer mehr minimieren Wenn sich da immer mehr abzeichnet Wer gut und wer weniger gut ist Schauen wir mal Oh, Talenterhöhung haben wir auch noch Können wir uns auch nochmal gemeinsam anschauen Oha, eine ganze Reihe von Leuten Conti Moment Conti hat eine Talentaufwertung bekommen Auf zwei Drukki Auf eineinhalb Kulignati Auf eineinhalb Dario Dario Ramos Auf eineinhalb Petrucci Auf eineinhalb Gicciardini Gicciardini Auf eineinhalb Auf eineinhalb Und da wären wir Und da wären wir Beim letzten Spiel Beim letzten Pflichtspiel Der Saison Im Pokalfinale Im Finale der Coppa Titano AC Juvenesto Ghana Gegen San Marino Calcio Und ja, eine B-Jugend-Juren-Mannschaft Vor allem Gegen eine erste Mannschaft Und ja, hier seht man die Mannschaften Gegen die sie gespielt haben Und wie sie gespielt haben Aber es ist wieder leider das Problem Dass man nicht sehen kann Ob das jetzt A- und B-Jugend Oder erste Mannschaft war Das wird hier leider nicht angezeigt Nur die Reserve kann man auch nicht erkennen Ist ein bisschen schade Aber ja Gehen wir mal weiter Würde ich sagen Oh, jetzt kommt Hier spannende Musik Ich rede aber immer ein bisschen drüber Weil die eventuell Erkannt werden könnte Und dann könnten da irgendwie Rechtsansprüche oder sowas Aufkommen oder so Deswegen rede ich da gerne drüber Und sag einfach nur Wir sehen Wir sind deutlich stärker Als Juvenesto Ghana Und ich denke mal Das ist das Wichtigste Und das sollte uns heute Denke ich mal Durchs Spiel tragen Das wäre ganz schön Auf jeden Fall Man sieht Das Spiel findet Im Stadion Von 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 Serra Valle Im Olympia Stadion Oder im San Marino Stadium Wie das auch heißt Statt Ja Wieso Finale eben Sind auf neutralem Boden Ne Quasi Denke ich mal Oder Ich wüsste Ich weiß jetzt nicht Wo die sonst spielen Mal ja mal nachschauen Ja Das Stadion Sieht sonst anders aus Wenn es das Bild Ne Ist es Ist jetzt ein Foto vom Stadion Oder Ja Genau Das ist ein Foto vom Stadion Ja Das würde sonst anders aussehen Naja Hören wir mal Und da haben wir Nochmal den Einspieler Dass es sich hier Um das Finale handelt Wieder rede ich drüber Weil es eventuell Erkannt werden könnte Und Ansprüche geben könnte Aber ja Es ist das Copa Titano Finale Und Es verspricht Vielleicht spannend zu werden Auch wenn wir deutlich stärker sind Aber Wir waren noch nie so stark wie heute Unsere Leute sind noch voll Euphorisch Durch die Meisterschaft Beim letzten Spiel Das merkt man Es hat einen deutlichen Sprung gegeben Ich glaube ich habe sonst alles gemacht Oder ich check das nochmal Ja Das sieht gut aus Da habe ich auch mich drum gekümmert Oder so Eventuell mal was mit der Partnerin machen Oder so Weiß ich nicht Sprachkurs mitnehmen Ist doch bestimmt spannend Ähm Aber ja Wie gesagt Ich glaube da werden wir uns Demnächst trennen Weil Sie teilt die Begeisterung einfach nicht Und das kann Mauro Metallo Einfach nicht Nicht akzeptieren Das sein Leben mit einer Person zu teilen Die seine Begeisterung nicht teilt Oder so Was weiß ich Keine Ahnung Irgendwie so Ähm Aber irgendwie muss man ja einen Grund finden Naja Ähm Es ist soweit Ich würde sagen Es gibt sonst nichts mehr zu tun Vor allem Spiel Deswegen Gehen wir mal direkt rein Wobei Ne Das wichtigste Spiel des Jahres Haben wir ja schon Verbraten gegen AC Libertas Wo wir uns die Meisterschaft geholt haben Und jetzt kommt eben das Pokalfinale Okay Auf geht's Coppola ist jetzt übrigens Tatsächlich auch besser Wie in Sagi So Und Ähm Naja das passt nicht ganz Wir spielen dann doch lieber Im Auswärtstrikot Oder Ja weiß ich nicht Ist ein bisschen schwierig Hältblau gegen Dunkelblau Weiß nicht ob das so gut ist Ist auch nicht so schön Ich gehe mal auf Nummer sicher Und mach es so Dass die im Auswärtstrikot spielen Obwohl sie zu Hause sind Weil Ist ein bisschen schwierig So Ne Egal Machen wir einfach mal so 3D Spiel Kämpft um jeden Ball Dass man nicht Eine krassere Ansprache machen kann Beim Pokalfinale Aber okay Gut Dann halt Klammst um jeden Ball Oder so Und da wären wir Im Finale Der Coppa Titano Das Spiel der Associazione Juvenis Dogana Gegen San Marino Calcio Und ja Ganz wichtig Die B-Junioren Von AC Juvenis Dogana Also Es wäre interessant Zu überlegen Oder zu sehen Besser gesagt Was passiert Wenn der Außenseiter hier Gewinnen sollte Denn Das könnte Durchaus Interessant werden Weil Ich meine Der Gewinner des Pokals Der Kriegt ja einen Startplatz In der Euroleague Quali Und Ist die Frage Was passiert Wenn Eine B-Jugend Den Pokal Gewinnen sollte Allein Um das rauszufinden Fände ich es nicht Ganz so tragisch Weil wir Verlieren werden Verlieren würden Aber wir wollen Natürlich gewinnen Denn Oh Inzaghi oder was Interessant Wir wollen Natürlich gewinnen Ist klar Ich glaube Ich könnte mal Oh Spiel bloß Kein Foul Ich glaube Ich mache Wir eben Das Mittelfeldzeug Wieder noch Ein bisschen Schneller Was soll jetzt Ich habe es jetzt Leider nicht gesehen Weil ich abgelenkt war Aber das sieht nach einem Stürmerfall aus Ja Denke auch Richard mit mir selbst Das sieht nach einem Stürmerfall aus Und dann sage ich Ja denke auch So schlimm ist es Schon mit mir So viel So oft in der Kabine Selbstgespräche geführt Jetzt fange ich schon an Solche Dinger zu machen Oh je Das wäre knapp gewesen Ja Wir kriegen den Pokal Nicht geschenkt Das war abseits Okay Wir kriegen den Pokal In der Tat Nicht geschenkt Aber wir können Überlegen Was machen wir denn Jetzt eigentlich Nach dem Spiel Also Danach kommt auf jeden Fall Das Saisonende Kommt noch ein paar Freundschaftsspiele Gegen die Jugend Um nochmal ein bisschen Zu trainieren So vor dem Urlaub Und Oh das sieht gefährlich aus Kein Abseits Leute Oha Ähm Ja was wollte ich sagen Genau Da kommen noch ein paar Freundschaftsspiele Dann Ähm Die Verträge für die Jugendspieler sind ja schon gemacht Und ansonsten Wollte ich nochmal versuchen Ob man eventuell Nochmal ein paar Verträge verlängern kann Weil jetzt ist ja die Stimmung Ein bisschen besser in der Mannschaft Zumindest war sie das Vor dem Pokalfinale Ähm Wir müssen ja auch eigentlich Den längeren Atem haben Und so Theoretisch Wir waren selten So viel Stärker Wie der Gegner Ne So jetzt Gelbe Karte Federico Inzaghi Von Juventus Togana Aber die sind Die verteidigen gut Würde ich sagen Die Jugendspieler Gegen die Leute Die nicht viel älter sind Als sie selbst Oh man Also heute Weiß ich nicht Wir präsentieren uns jetzt Gerade nicht so überragend Ne Schauen wir Dass das noch was wird Also hauptsache Kein Gegentor Kann nicht mehr so viel passieren Aber wenn ich überlege Ne Juventus Togana Und Pokalspiele Da gibt es schon Eine Vergangenheit dazu Hm Hm Und es wird nicht Ungefährlicher Die sind irgendwie besser Heute oder Die Gegner Das ist irgendwie Passt nicht Na gut Man könnte sagen Unsere Leute Haben schon Titel Gewonnen Die sind schon satt Oder so Wobei man könnte Das Double holen Das ist ja Jetzt auch nicht Nichts Aber es wundert mich Schon ein bisschen Wie fällt der denn hin Und das war noch Ein Foul Fällt einfach hin Und Nicht schlecht Ach Schade Zu langsam Aufstanden Ja irgendwie Kriegen wir heute Den Ball nicht Von unserem Tor Weg Oh oh Uiuiui Gut dass die auch noch Öfter daneben schießen Ich mein Die sind ja auch nicht Unverdient Ins finale gekommen Die haben ja auch Davor alle Spiele Gewonnen Du Wenn es So Kommt ja jetzt Nicht von ungefähr Und da haben sie schon Die nächste Chance Die können wir aber klären Und das können wir auch klären Aber wir kommen nicht weiter Wir kommen kaum Über die Mittellinie So jetzt sind wir mal Über die Mittellinie gekommen Kann Navarro Hätte mal ein bisschen Früher abspielen sollen Das war voraussehbar Dass der Dass der Verteidiger Von Juvenisto Garner Das so tun würde Wie er es getan hat Aber ja Dann wären sie wieder Am Ball ne Oder etwa nicht Doch ja Genau So sieht es aus Ich hoffe ich war Bei den Einspielern Nicht so sicher Und das heißt jetzt Wenn wir den jetzt sehen Ist Anwurf für Juvenisto Garner Ne doch nicht Vielleicht willkürlich Schon wieder ein Wurf Sag mal Leute Wir haben übrigens Andere Rückennummern Ne Und andere Also die Farben Und so Sehen anders aus Von der Rückennummer Und vom Namen Ist ein bisschen merkwürdig Vielleicht weil wir das Gastteam sind Ändert sich das Danach Das wäre irgendwie merkwürdig Naja Wir haben noch gar keinen Schuss aufs Tor gebracht Gar nichts Und Juvenisto Garner Mehrere Was ist denn da heute los Oh Mann Wir sind eindeutig Die schlechtere Mannschaft Eindeutig Nur bei den Karten Sind wir besser Bis bei Verplay Ist immer wieder besser Bei uns Also was soll man dazu sagen Ich würde mal sagen Ich nehme ein paar müde Leute raus Ich weiß nicht Ob der so viel besser ist Aber er ist halt noch nicht müde Aber auch nicht fit Dann können wir unseren besten Mann Und mittlerweile Kapitän rausnehmen Und Trainer Und was weiß ich noch alles So Dann würde ich eventuell noch warten Bis zur 70. Minute Falls noch jemand ausfällt Und dann den letzten Wechsel tätigen Sieht doch nicht so überragend aus Los Jetzt zeigt es ihnen Das ist das letzte Spiel des Jahres Jetzt können wir mal alles reinhauen Was Was die Ansprache betrifft So Ähm Ja Wir können mit allen reden Die noch nicht euphorisch sind Also erstmal ein Selbstgespräch Komm schon Okay Na gut Sagt er Obwohl er sich selbst ausgewechselt hat So Dann noch motivieren Hier Und Hier Und hier Und nochmal loben Wird jetzt nicht ganz so viel gebracht Wie ich es mir gewünscht hätte Aber naja Reißt euch zusammen Leute Ja Rücknummern und Namen Haben heute eine andere Farbe Wahrscheinlich Weil wir das auswärts ziehen Vielleicht hat es irgendwas Bewirkt So Och Fehlpässe über Fehlpässe Gut Wir machen immer Fehlpässe Weil wir allgemein Viel nach vorne spielen Och ne Jetzt sind die schon wieder durch Okay Den hat Coppola Oh man ey Wie kann man so schlecht spielen Als bessere Mannschaft Wir sind deutlich Ich meine So stark waren wir noch nie Also Aufgestellt Was unsere Stärke betrifft Ja Und trotzdem Kriegen wir heute gar nichts hin Ja Das war Absatz Ist okay Ist okay Ist okay Ist okay Du brauchst dir keine Zeitlupe Zeigen Denn der relevante Zeitpunkt Ist der Ball Der Moment der Ballabgabe Deswegen ist es auch Die vollkommen Schwachsinn Die Annahme des Balles So In Zeitlupe zu zeigen Meine Güte Das war ein Foul Kriegen wir einen Freistoß Vielleicht können wir daraus Ja was machen Ein bisschen so ein Lucky Punch Oder sowas Wir brauchen uns Anmarino Calcio Dusel Naja Jetzt weniger so Das in der Art Aber das erwarte ich auch Von Schüssen Von unserer Mannschaft Da kommt ja sowieso nichts Und jetzt spielen unsere Leute Auch noch einen Foul Da fragt man sich doch Wie sind wir ins Finale gekommen Wenn wir jetzt so spielen Wow Was eine Grätsche Das ist sehr gefährlich Den hat er aber Gut Okay Weiter geht's Aber Da kommen wir Nicht wirklich weiter Ne Aber wir haben noch eine Chance Wenn wir nicht schon wieder hängen Milotzi Geh doch zum Ball Dass die immer sich so Sträuben Zum Ball zu gehen So jetzt Kanasa Spiel den vernünftig ab Und lass dir nicht so viel Zeit Wenn du bedrängt wirst Och So das war schön von Amore Man muss ja auch mal loben Wenn die tatsächlich mal was gut machen So Kanasa steht jetzt Im 16er Kanavado Kann nachschießen Und jawohl Erster Schuss Erstes Tor So sieht's in diesem Spiel aus Wir sind klar die schlechtere Mannschaft Aber wir haben als einzige Ein Tor geschossen Mit unserem ersten Torschuss Na gut Ich weiß nicht Ob man den Freischuss Als Torschuss zählen kann Aber abgesehen davon War es unser erster Ne Wenn mich nicht alles täuscht Und Sind sie jetzt aufgewacht Oder wie Nach dem Erfolgserlebnis Jetzt kriegen wir glaube ich Mehr Bälle nach vorne Ja Vorteil Ne Pfeift er trotzdem ab Schade Hätte noch was werden können Glaube ich Oder Na gut Jetzt Wechsel bei Juvenis Dogana Wie man sieht Da kommt nämlich Was Shindi Kommt rein für Jabara oder so Jabara Naja Jedenfalls ist aus dem Freischuss Nichts geworden Aber wir führen Ich meine wir haben Im Liga Pokal auch geführt Und dann hatte Äh Und Sagi Eine ganz interessante Idee Wie er mal einen Ball Zurückspielen könnte Und zurück zum Verteidiger Und dachte Ach ja guck mal Da ist ein Stürmer Den spiele ich mal den Ball Per Kopf zu Das sieht bestimmt cool aus Cool aus Saß Also für den Gegner Aus seiner Sicht Es wäre so ein schöner Moment gewesen Wenn das Der Gegner der Torhüter gewesen wäre Der sowas gemacht hätte Aber nein Es war unserer Und es hat dafür gesorgt Dass wir am Ende rausgeflogen sind Aber In Sagi ist heute nicht auf dem Platz Wir haben Coppola Und er ist besser als In Sagi Also Oh Fulignati Ist zu langsam Achso wir haben ja noch Wechsel offen Habe ich schon ganz vergessen Können noch Ja Fulignati ist der müdeste Weil er so Wenig Fitness hat Ne Hat mir den reingebracht Und Könnten gleich wieder auswechseln Geht aber nicht Am nächst müdesten ist Fugosi Den können wir noch einwechseln Sorry Mantovani Dass ich vergessen habe Früher zu wechseln Das tut mir leid Jetzt kriegst du glaube ich Keine Note mehr Das ist ein bisschen schade Vielleicht tweetst du ja gut Wer weiß Ich meine jetzt brauchen wir Verteidiger aktuell Es sei denn es geht noch in die Verlängerung Dann kriegst du noch eine Note Ja Vorausgesetzt man Will das Will das nicht Ich möchte es gerne hier Hier an der Stelle beenden Oder noch ein Tor schießen Aber nein Stattdessen greifen sie an Und kriegen noch einen Freistoß Der Kotscha Der hat heute schon mehrere Fouls begangen Mindestens sein zweites Oh oh Die machen es ganz schön gefährlich hier Der wäre beinahe bei Insagi vorne angekommen Ja das war anscheinend gut verteidigt Aber das ändert nicht so viel Aber Coppola Das ist unser Mann hier mittlerweile Wobei es kann sich nächste Saison noch was ändern Auf der heute Position So Und damit ist es vollbracht Das Spiel ist abgepfiffen Die Leute feiern Zumindest unsere Wir haben unseren zweiten Titel gewonnen Das war aber ganz schön Ganz schön ein Krampf heute Ey wir waren so mies Oh Gott man Also eigentlich hätte Juventus Torganer gewinnen müssen Also Es war ja wirklich San Marino Calcio Dusel Oder wie man das nennen will Okay wir haben mittlerweile Drei Torschüsse Angesammelt Aber wir waren trotzdem eindeutig Also gut Bei den Schüssen aufs Tor Nicht eindeutig Vielleicht könnte man auch so argumentieren Aber ansonsten waren wir schlechter Bei den Schüssen allgemein Gut man kann auch sagen Wer sie nicht macht Der hat die Chancen Der ist selbst schuld Könnte man auch sagen Also es ist vielleicht Sind wir vielleicht auch Gerecht Ihr Pokalsieger geworden Weil wir die Tore wenigstens gemacht haben Im Gegensatz zum Gegner Aber Ich war trotzdem Äußerst unzufrieden mit der Leistung heute Das muss besser werden Vor allem wenn wir In der Champions League Qualifikation Nächste Saison Irgendwas reißen wollen Was sehr schwer Schwer werden wird Nahezu unmöglich wahrscheinlich Gut aber Erstmal haben wir Einen weiteren Titel gewonnen Was Sehr schön ist Wir haben das Duel In der ersten Saison Den ersten Pokalsieg eingefahren Für unseren Verein Und seine Vereinsgeschichte Und es war ein ganz schöner Krampf Okay Weiter geht's Da haben wir ein paar Statistiken Und Wenn man sich die Noten anschaut Sagen unsere Leute Angeblich besser Also zumindest hier In der Defensive Wie es mir dachte Mantovani hat leider keine Note mehr bekommen Das ärgert mich so ein bisschen Dass ich es ein bisschen verpennt habe Ah ja Naja Und Und ja Ansonsten Sind wir Pokalsieger geworden Und Damit haben wir den nächsten Titel gewonnen Das ist sehr sehr wichtig Dass wir ihn gewonnen haben Denn wir brauchen ja das Prestige Um eine bessere Verhandlungsposition in Zukunft zu bekommen Sowohl bei Sponsoren als auch bei Spielern und so Also war das sehr viel wert heute Und ja Ich weiß jetzt nicht ob alle Pokale damit fertig sind Was ist denn hier Vielleicht lag da ein Ein Spieler Ein Jugendspieler vielleicht Der mittlerweile Aus der Jugendmannschaft rausgeschmissen wurde Oder sowas Das wäre möglich Dass da hier ein Platz frei ist Ich kann mal eben durchscrollen hier Bei den Statistiken des Pokals Okay Was haben wir noch Können uns auch hier Champions League Statistiken anschauen Aber weiß ich jetzt nicht ob das so spannend ist Ich meine Schließlich waren wir da ja eigentlich nicht selbst dabei Wir können ja alles mögliche uns anschauen Ja dann bleibt die Frage Ist denn auch der Liga Pokal dabei Ist die Frage wo man den findet Hier Hoppa die Läger Ist der denn schon zu Ende Weißt du das gucken wir uns gleich woanders an Ach ne hier können wir uns das hier angucken Guck mal Stör testigen Dann finden wir den vielleicht Gucken wir uns das gemeinsam nochmal an Finale Fai Tano gewinnt Nicht live Fiorita Oh die gehen mit leeren Händen aus der Saison Oder wie Das ist ja bitter Und so stark gespielt Und verlieren am Ende alles Oh Also den hätte ich ja sich jetzt fast gewünscht Dass wir das noch hinkriegen Naja gut Für Fai Tano vielleicht auch schön Weil die vielleicht sonst nicht so stark waren Und dadurch vielleicht jetzt ein bisschen stärker werden Sodass sich das alles vielleicht irgendwie ausgleicht So ein bisschen mit den Stärkverhältnissen in der Liga So der Reservepokal Ja da steht auch das Rückspiel an Ich hab da ja extra viele Spiele gemacht Damit die viel Spielpraxis bekommen Oh Ein Finalsieg für Fiorentino Nach Auswärtstoren Also wieder hat La Fiorita das nachsehen Und hier U17 Pokal Der geht an San Giovanni Und der steht beim Reservepokal noch im Finale Virtus und Cosmos Ja Da steht am Ende La Fiorita tatsächlich mit leeren Händen da Nach dieser Saison Also den Reservepokal Den können wir uns noch anschauen Weiß nicht ob ich auch Ob es interessant ist Wenn ich jetzt noch ganz viele weitere Statistiken hier zeige Und gut man könnte mal Die Besten zeigen Aus den Pokalen Bei den Torschützen und Noten Besten Hier aus dem Liga Pokal die Besten Oder? Ja ist oben Dann haben wir hier im Reservepokal die Besten Wobei sich da vielleicht noch was ändern kann Weil ja noch ein Spiel aussteht Und Wo sind die U Pokale? Nee nicht da Scheint nicht so zu sein Ich finde sie zumindest nicht Schade Okay Fairplay Hier können wir auch nochmal uns die verschiedenen Pokale durchschauen Hier von allen zusammen Na gut ich scroll da mal jetzt nicht durch Diese Listen die sind ein bisschen lang Wir zeigen uns Wir zeigen mal die Besten oder Unfairsten Spieler Wie auch immer An Und schauen nochmal ob wir die anderen Pokale hier auch noch kriegen Liga Pokal zum Beispiel Und dann hätten wir noch den Reserve Pokal Wo da ja noch ein Spiel aussteht Ich weiß nicht Ist ein bisschen merkwürdig hier mit der Rangliste Vielleicht ist das auch Vielleicht ist hier ein Spiele Durchschnitt oder sowas Nee weiß ich nicht Wie das zustande kommt Weil da hat ja jeder unterschiedlich eine Anzahl an Spielen Aber ja So wie dazu Und damit wäre das Spiel auch Soweit beendet Und wir haben einen neuen Titel gewonnen So Was trug die im Fokus andere Vereine Echt? Oha Da bin ich mal gespannt was das noch gibt Ob wir da noch was von merken Jedenfalls kommt jetzt der Einspieler Der uns mitteilt Dass San Marino Calcio Zum ersten Mal In seiner Vereinsgeschichte Den Pokal Von San Marino Gewonnen hat Die Coppa Titano Ist in den Händen Der Ja Des Landesclubs Keine Ahnung Wie will man den denn nennen Weil das ist ja schon Was herausstehendes Ein herausstehendes Merkmal Von unserem Verein Dass wir halt Versuchen irgendwie Für das ganze Land zu stehen Mit unserem Namen Und unserer Geschichte Oder so Naja Das ist die Frage Wie sich das Prestige Noch entwickeln wird Weiterhin Aber wir haben die wichtigsten Titel gewonnen Huch Was kommt jetzt? Oh Wir sind noch ein Manager Level aufgestiegen Ganz nebenbei Von 3 auf 4 Und Ja Das bringt uns auch Denk ich mal Ein paar Vorteile Auch so im Umgang mit den Spielern vielleicht In Zukunft Oder vielleicht für das Als Verhandlungsposition Bei Vertragsverhandlungen So was Könnte das vielleicht ein Vorteil sein Okay Ja Die Siegprämie hält sie sehr in Grenzen Aber das war auch Absicht Und Das war das Würde ich sagen Weiß nicht Genau Hier sind ein paar Gegenstände Weiß nicht was man mit der machen soll Ich finde die ganz gut Die wir hier stehen haben Ich mag Sachen in Vereinsfarben Wenn man schon den Hintergrund Nicht in Vereinsfarben nehmen kann Aber ja Das war es Für dieses Spiel Und Ich würde sagen Wir sehen uns dann wieder Wenn es irgendwelche Interessanten Sachen gibt Die man beim Saisonübergang vielleicht sehen möchte Also Es gibt ja diese ganzen Statistiken Die man noch sehen kann Und ich denke mal Die werden wir uns gemeinsam anschauen Also Sehen wir uns dann Wieder Wenn es nochmal spannend wird Bei den Statistiken sozusagen Beim Saisonübergang Also bis dann So Und da wären wir Am letzten Tag Der Saison Und Das hat länger gedauert Als ich gedacht hätte Hier hin zu kommen Weil ich Zwischendurch sogar noch ein paar Technische Probleme hatte Und zwar Gab es das Problem Dass ich Kurz vor dem Pokalfinale Ein Spieler Vom Talentsucher Habe empfohlen bekommen Und Hab mir gedacht Ne Der ist nicht gut genug Für unsere Mannschaft Den lehne ich ab Da hab ich ihn abgelehnt Und da dachte ich mir Moment mal Der ist schon 16 Den könnten wir eigentlich In unsere Mannschaft nehmen Und dann hab ich ihm Ein Vertragsangebot gemacht Was er dann Ein paar Tage später Nach dem Pokalfinale Auch Angenommen hat Ja Das Problem ist Das Spiel Ist mit dieser Entscheidung Nicht Zurechtgekommen Also der Spieler hat dann zugesagt Für die nächste Saison Für den 1.7.2018 Und Ist nicht direkt Zu uns gekommen Wie es bei den Jugendspielern ja eigentlich Üblich wäre Und Ja Dann kam Die Tatsache Also das Spiel Wollte den wahrscheinlich Eigentlich schon gelöscht haben Weil ich ihn abgelehnt habe Und Dann Am 29. Auf Vom 29. Auf den 30. Sechsten Auf einmal Ist dann ständig Das Spiel abgestürzt Ich hatte erst keine Ahnung Was der Grund war Und deswegen hab ich gedacht Der Spielstand wäre kaputt Und wir müssten das Projekt Hier abbrechen Also ihr könnt euch vorstellen Wie es mir dann Dementsprechend So mental ging Aber dann hab ich Immer Hab ich mal Den ersten Spielstand geladen Und hab die Saison Durchsimuliert Und hab gesagt Hab festgestellt Okay am Spielstand Grundsätzlich An der Datenbank Liegt es nicht Das heißt Ich muss irgendwo Einen Fehler gemacht haben Und das konnte ich dann So Stück für Stück Auf Diese eine Aktion Vor dem Pokalfinale Zurückführen Das hieß Das hieß nur leider Weil das vor dem Pokalfinale Passiert ist Dass ich das Pokalfinale Nochmal wiederholen musste Aber Wir haben das ebenfalls gewonnen Also Gut Ich glaub das hätte ich mir Jetzt auch nicht nehmen lassen Vor allem weil Weil ich das ja euch Auch dann weggenommen hätte Durch eine eigene Dummheit Von mir Wo ist es denn Hier Also wir haben es dann 3 zu 0 gewonnen Ein bisschen deutlicher Aber wir Tatsache ist Wir haben es gewonnen Also wir haben den Titel Trotzdem bekommen Wie gesagt Den hätte ich mir Jetzt nicht nehmen lassen Oder hätte ich euch Jetzt auch nicht nehmen lassen Wie auch immer Uns allen nicht Und Weil das war ja Im Endeffekt ein Bug In der Realität Hätte es funktioniert Nach dem Motto Ich gebe dir einen Vertrag Und dann bist du da Weißt du Nach dem Motto Ich will dich nicht In der Jugendmannschaft haben Deswegen gebe ich dir Vertrag für die zweite Mannschaft Oder für die erste Mannschaft Oder wie auch immer Weil du da vielleicht Besser aufgehoben wärst Aber das Spiel Wollte das so nicht Ja und deswegen Habe ich das eben behoben So Okay und dann musste ich Das habe ich sozusagen Zweimal Jetzt die Zeit Durchgespielt Von Von dem Pokalfinale Bis zum Saisonende Gut Aber ich muss sagen Interessanterweise Lieb es beim zweiten Mal Was unsere Entwicklung Anging Viel besser Denn jetzt Schaut man sich mal Diese Jugend an Talent sortiert Sieht die jetzt so aus Oder auch mal So 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 sieht unsere Jugendmannschaft aus Das niedrigste Talent Ist Stufe 7 Von Von 10 Ist doch 7 von 10 Genau 7 von 10 Also 3,5 Sterne So Und Ja Das ist krass Vor allem werden die meisten Auch da bleiben Und werden den Talentschnitt der B-Jugend Weiterhin hochhalten Dass wir dann noch mehr Talente Vielleicht bekommen Nächste Saison Dass der Talentschnitt Noch mal weiter steigen kann Da bin ich mal gespannt Wie sich das noch entwickelt Ähm Und ja Und ein paar Leute Von denen die hier Rausgeflogen sind Denen habe ich dann Direkt Verträge gegeben Ähm Also welche die Drei Sterne Talent hatten Ähm Den habe ich dann Direkt Verträge gegeben Und so haben wir jetzt Unter anderem Andrea Bau Hier in der Mannschaft Der eigentlich vom Talent her Rausgeflogen wäre Und äh Und äh Hier Michael Michael Weiß was ich Doronin Aus Lettland Ähm Der wäre auch rausgeflogen Und da habe ich ihm Nochmal vorher Einen Äh Einen Vertrag gegeben Dass er jetzt Bei uns in der ersten Mannschaft ist Genau wie Ika Meri Lainen Aber der ist ja glaube ich Schon länger dabei Ne Den kennen wir ja schon So Aber bei ihm war es eben Auch der Fall Genau Oder bei Alberto Coppola Ist auch ein berühmtes Beispiel Den wir Gegen Ende der Saison Das habt ihr ja auch noch mitbekommen Der hat ja die letzten Spiele Noch mitgespielt Genau wie Ika Meri Lainen Der glaube ich auch schon Gegen Ende dabei war Ja Jedenfalls Ähm Bin ich mal gespannt Was nächste Saison für Talente kommen Und äh Jetzt möchten wir uns mal Denk ich mal Zusammen anschauen Wie es denn von der Statistik her aussieht Also die Spieler entwickeln Die Entwicklung sieht auf jeden Fall so aus Dass der Spielertrainer Der sich übrigens leider verletzt hat Nochmal 20 Tage jetzt fehlt Das beim Spielertrainer ist so eine Sache Ne Der ähm Trainiert nämlich Interessanterweise noch weiter Wenn alle schon Urlaub haben Der Vorteil ist Der kann sich da noch verbessern Der Nachteil ist Der kann sich da auch verletzen Und das hat er gemacht Das heißt Er hat sich nochmal Muskuläre Probleme eingehandelt Jetzt Ob die anderen schon im Urlaub waren Das war jetzt nicht so toll Ähm Aber ja Das sind die Spielerentwicklungen Ich meine Ich zeige die mal anders Aber so hat man die ganze Liga im Blick Auch theoretisch Aber Ich wollte es mal hier zeigen Die Spielerentwicklung Also wir zeigen uns jetzt Wir gucken jetzt jetzt ein paar Statistiken der Saison an Bevor wir in die neue rüber gehen Da sozusagen als Ersatz fürs Spiel Also hier die Spielerentwicklung Die ist echt Wahnsinn Die wird wahrscheinlich auch nie wieder so hoch sein Kann ich mir vorstellen Weil in den unteren Stärkebereichen Kann man eben am leichtesten aufsteigen Oben wird es dann schwieriger Wird die Entwicklung dann automatisch langsamer Und man schaut sich mal an Hier Caparella Also man sieht einige Die man noch nicht kennt Das sind einige Die aus den Von den Laien zurück Kommen sind Ich habe ein paar Leute verliehen Über die Saison hinweg Und die sind jetzt zurückgekommen Und gleich in der ersten Mannschaft gelandet Warum auch immer Zum Beispiel Cordaz Oder Oder Fontanesi Oder so Oder Lomonaco So ein paar Leute Die man halt noch nicht kennt Die sind dann gleich in der ersten Mannschaft gelandet Genau Und Das ist eben die Spielentwicklung Und Caparella Wie man sieht Hat sich nicht entwickelt Gut Bau ist noch nicht so lange In der ersten Mannschaft gewesen Von daher Bei dem jetzt nicht so das Problem Dann gehen wir mal runter In die Reserve Dann schauen wir uns hier auch nochmal Die Entwicklung an Die sieht hier ein bisschen anders aus Ich meine gut Hier oben sind auch hohe Werte zu sehen Allerdings Die Leute Die So 19 und älter sind So Also die meisten davon Oder sagen wir 20 und älter Die wurden Quasi nie aufgestellt Weil ich das ja grundsätzlich Nicht machen wollte Ich wollte ja nur Leute aufstellen Die ich auch Den wir auch selbst Sozusagen In Vertrag gegeben haben Die nicht von vornherein da waren Sozusagen Und Deswegen sind die älteren Leute Haben teilweise schlechte Entwicklungen Aber selbst ohne Spiele Haben sie sich verbessert Weil sie einfach Weil man einfach Bei diesem unteren Bereich Der Stärke Einfach sich einfach Ziemlich leicht Verbessern kann Und das wird eben wie gesagt Schwieriger in Zukunft Aber hier sieht man auch Ein paar Leute Gut die sind jetzt hauptsächlich Ein bisschen älter Na nicht alle Aber ein paar davon Die haben sich tatsächlich Auch ein bisschen schwer getan Ohne Spiele Was ja verständlich ist Okay Was schauen wir uns noch an Wir schauen uns Können uns noch Die Mannschaftsstärken angucken Wir haben jetzt Ja schauen wir erstmal Hier in die ersten Mannschaft Ordentlich zugelegt Das könnte aber auch Daran liegen Dass wir Eine gute Moral Jetzt Gegen Ende hatten Und dadurch auch Gute Form Und so wahrscheinlich Dadurch dass wir jetzt Am Ende so viel Erfolg hatten Das schwankt auch ständig Also weiß ich nicht Wie sich das Einpendeln wird Und in der Reserve Ist der Vorsprung Eben sehr knapp Aber die Reserve Wir werden allgemein Den Kader noch Etwas umbauen So zwischen Erster und Zweiter Mannschaft Hin und her schieben Schauen wir mal Wie der Kader Nächste Saison aussehen wird Ansonsten schauen wir uns Mal die Wettbewerbe an Zumindest erstmal Die in San Marino Also die erste Liga Sieht wie folgt aus Ich denke mal Die Tabelle haben wir auch Schon öfter gesehen Wie hier mit Dem ersten Tabellenplatz Mit der Meisterschaft Die Reserve Liga Da hat uns Hat sich unsere Reserve Mannschaft Zum Schluss auch ziemlich Gut geschlagen Und La Fiorita hat diese Liga Immerhin gewonnen Die Anjunioren sehen so aus Dass beide Mannschaften Also die Jugendmannschaften Allgemein Sehen so aus Dass beide Mannschaften Sich hier retten konnten Vor dem Abstieg Was ja zwischendurch So aussah Als würden sie absteigen Aber das lag einfach Einfach nur ein schwerer Start Dadurch dass wir so viele Jugendspieler verpflichtet haben Okay Was gibt es noch zu zeigen Die Pokalwettbewerbe Die sind noch relevant Da zeigen wir mal Pokalergebnisse Müsste ich jetzt finden Die sind hier Und dann schauen wir mal Ja schauen wir mal durch Coppa-Titano Ich zeige jetzt einfach mal Einfach nur die Finalspiele Oder ich zeige vielleicht auch alle Wenn ihr die sehen wollt Ja können wir eigentlich machen Dass wir hier bei der ersten Runde anfangen Wobei die schon ziemlich Viel Platz wegnimmt Um die zu zeigen Und das wird ja von Runde zu Runde weniger Was man da zeigen muss Hier ist schon die zweite Runde Um noch Logischerweise nur noch Halb so viel zu zeigen Da hatten wir auch noch Mehrere Mannschaften Im Pokal Das war glaube ich Die A-Jugend So die dritte Runde Dann das Viertelfinale Das Halbfinale Und das Finale Jetzt haben wir noch andere Pokale Hier mit erster Runde Also der Liga Pokal Wo wir ja gleich in der ersten Runde an Juvenisto Ghana Gescheitert sind Das Viertelfinale Haben wir hier Das Halbfinale Und das Finale Wo dann La Fiorita Dann letztendlich Doch gescheitert ist Wodurch sie wohl Keinen Titel bekommen haben Na gut Außer die Reserveliga Haben sie gewonnen Aber das ist ja kein So richtiger Titel Soweit ich weiß Na gut Genau so ein Titel Wie das hier Vielleicht auch Der Reservepokal Oder sowas Den man hier sieht Sowas in der Art Also genau Ich wollte ja hier unten Anfangen Mit dem Reservepokal Das sind so Pokale Reserve und Jugendpokale Die ich hier erstellt habe Das sind so Pokale Die werden nicht so richtig Aufgeschrieben Als Vereinstitel Weil es ja auch Nicht wirklich so Diese krassen Titel sind Die ein Verein gewinnen kann Weil das ja Nicht die besten Mannschaften sind Die da gegeneinander spielen Logischerweise Jedenfalls ist das der Reservepokal Mit den wohl besten Reservemannschaften Gut Man muss sagen Das ist allgemein Ein bisschen wenig repräsentativ Weil sich einfach Während dieser Saison Alle Mannschaften So krass verändert haben Also ich möchte mal anmerken Bei den Reserve- und Jugendpokalen Habe ich immer Hin- und Rückspiel gemacht Weil ich gerne möchte Dass sie möglichst viele Spiele bekommen Um Spielpraxis zu bekommen Weil die ja Zum Beispiel In der ersten Mannschaft Also bei der ersten Mannschaft Bei deren Wettbewerben Gibt es ja immer noch Den Faktor von Internationalen Spielen Und Länderspielen Die da noch dazu kommen Das hat man jetzt Bei den unterklassigen Geschichten Äh Bei Amateurgeschichten Weniger Deswegen habe ich dann da Stattdessen Hin- und Rückspiel In den Pokalen eingebaut Aber dann schauen wir mal Wer offiziell sozusagen Zumindest nach dem Pokal Die beste Jugendmannschaft Die Saison hat Und das trifft in dem Fall La Fiorita Guck mal an Den Titel haben sie gewonnen Den Titel haben sie gewonnen Und dann noch der U17 Pokal Ähm Fangen wir auch nochmal hier an Da ist unsere Mannschaft Die da die erste Runde Überstanden hat Dann kam die nächste Runde Da sind wir dann raus Äh rausgeflogen Das Halbfinale Und hier das Finale Wo sich dann San Giovanni Äh Durchsetzt Und zumindest danach Die beste B-Jugend hat So Der Super Pokal Den hat auch La Fiorita gewonnen Guck mal hier Sind sie doch nicht ganz Mit leeren Händen Aus der Saison gegangen Immerhin Den haben sie ja gleich Am Anfang der Saison gewonnen Da haben sie doch glaube ich auch Haben sie nicht glaube ich auch Am Anfang der Saison Stark in Hier gespielt Hier Haben die das nicht gewonnen Sogar Das heißt doch Wenn vorne Genau Vorne ist immer die Mannschaft Bei der man gerade ist Also die haben hier ein Europa-League-Quali-Spiel gewonnen Ich möchte die gerade mal schauen Wer Wie war es denn nochmal hier Die haben beides verloren Die haben auch alles verloren Moment Da schauen wir nochmal durch Nach internationalen Spielen Ob hier noch jemand ist Einen Moment Ne Jetzt sind wir wieder hier Okay Genau La Fiorita War noch die einzigen Die wirklich ein Spiel gewinnen konnten Das ist was krass ist Weil Mal schauen wir sich mal Shamrock Rovers an Kann man sich jetzt nicht wirklich anschauen Gut Da müssen wir mal eben rausgehen Shamrock Rovers Dass man mal sich anschauen kann Wie stark die eigentlich sind Hier Aus Irland Wie man sieht 634 Und die hatten damals Eine Mannschaftsstärke von um die 100 150 Höchstens 200 Ja Und haben gewonnen Das muss man sich mal vorstellen Was da wohl passiert ist Bei dem Spiel Also das muss ganz schön abgegangen sein Oder Shamrock muss ganz schön schlecht gespielt haben Aber kann man wirklich so schlecht spielen Anscheinend Jedenfalls haben die tatsächlich Ein internationales Spiel gewonnen Was ich Bei besten Willen nicht erwartet hätte Gut Dann schauen wir nochmal weiter Falls ich Also Ich muss sagen Wenn ich jetzt FM spiele Interessiert mich immer recht wenig Was die anderen liegen Was die anderen liegen So ohne Ohne meine Beteiligung machen Aber Da euch das vielleicht interessieren könnte Kann man ja mal die liegen Zumindest die liegen Durch schnell durchklicken Damit ihr euch mal anschauen könnt Wie es da steht Falls euch das interessiert Also ich klicke das hier jetzt einfach mal schnell durch Das heißt Wenn euch das interessiert Dann könnt ihr Das anhalten Aber ich bin da Normalerweise Nicht so der allergrößte Fan Auf jeden Fall Kann ich währenddessen schon mal erzählen Dass ich ja schon öfter gesagt habe Dass ich für die nächste Saison gerne Die Den Kader ein bisschen umbauen Möchte Und zwar habe ich mir da wirklich so einen Plan gemacht Wie viele Wie viele Spieler von welcher Position wir in der ersten Mannschaft haben Und wie viele Spieler Von welcher Position wir in der zweiten Mannschaft haben Wir müssen das so nacheinander Nach und nach Für Jahr für Jahr aufbauen So wie ich mir das vorstelle Und Also nicht auf einmal gleich den Kader so aufblähen Dass er so ist Wie ich mir das vorstelle Weil wir brauchen ja auch gute Leute letzten Endes Das heißt Die kommen so Jahr für Jahr nach Und Ja Das werden wir dann ungefähr so machen Dass Die besten Spieler Und zwar so Es geht so in die Richtung 60 Habe ich so gedacht Dass man wirklich viel rotieren kann Weil ich möchte ja immer sehr sehr viele Spiele haben Zumindest auf nationaler Ebene Soll der rotiert werden International dürfen wir natürlich nicht rotieren Aber Wenn man sich eben mal die Mannschaftsstärken angeguckt hat Dann wird man gesehen haben Dass wir schon großen Abstand haben Und wenn der so bleibt Auch in der Saison Dann müssen wir es in der Liga eigentlich relativ einfach haben Das heißt wir können da viel rotieren Wenn wir das wollen Und Deswegen habe ich mir gedacht Dass man dann den Kader sehr breit machen kann Weil wir dann auch wirklich viele Spieler ausbilden können Und Das tut dann hoffentlich auch der Nationalmannschaft gut Und Dann habe ich mir gedacht So um die 60 Spieler kommen dann Oder 61 Spieler Um es genau zu sein Man kann ja 80 Spieler im Kader haben Einen Platz lasse ich frei Damit man Neue Spieler verpflichten kann Denn man kann Solange ein Platz frei ist Kann man so viele Spieler verpflichten Wie man will Und Dann machen wir das ungefähr so Und 18 Spieler kommen in die zweite Mannschaft Und es ist immer nach Position Immer die Besten Das heißt die Besten 61 nach Position Also ich habe da wirklich so Vorgestellt So eine bestimmte Anzahl an Elfen sozusagen Die man in die erste Mannschaft packt Dass man da schön rotieren kann Und die Nächstbesten kommen in die zweite Mannschaft Und Dann noch Wäre Platz Im Verein noch für 15 weitere Ungefähr Die man noch verleihen könnte Das heißt man kann ziemlich viele Also man kann fast 100 Spieler gleichzeitig Nach ihrer Jugendzeit noch ausbilden Und das Ich wollte halt gerne ganz viele Sanmarinesen ausbilden Damit wir da wirklich Eine große Auswahl haben Für die Nationalmannschaft So ungefähr habe ich mir das vorgestellt Deswegen Und Weil man dann halt schön rotieren kann Denn die Erschöpfung ist ja größer geworden Man hat es ja auch gemerkt Wir haben so viel mit Verletzungen zu kämpfen Ich denke mal Das liegt vor allem auch daran Dass wir Äh Noch sehr Äh ja Schlecht ausgebildete Ärzte zum Beispiel haben Schlechte Äh Schlechte medizinische Abteilung Auch von der Von der Von der Einrichtung her Also mir fällt auf jeden Fall Äh auf Wir hatten viele Verletzungen Und äh Äh viel Erschöpfung und sowas Schlechte sich noch nicht geändert haben Die ändert sich ja erst zur nächsten Saison Aber die kann man sich ja noch mal anschauen Ich könnte vielleicht sogar ein bisschen von der Realität abweichen Aber eben sowieso nicht ganz so krass Die Saison Das liegt unter anderem wohl auch an der vielen Am vielen Rotieren Dass man halt das dann Die Torschützenkanone vielleicht nicht kriegt Also Das ist halt der Nachteil an dieser Vorgehensweise Aber ja Jedenfalls Die Spielentwicklung habe ich schon gezeigt Die ewige Tabelle Das ist ja auch sowas Wo wir uns noch rankämpfen müssen Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern Was ist das ja? Die Tabellenführung Ach die sind bei den meisten nicht gespeichert Die Spieltage an denen man An der Tabellenspitze steht Na gut Da können wir natürlich Sind wir natürlich jetzt schon erster Weil das anscheinend auch nicht gespeichert wurde Aber hier was das andere betrifft Da haben wir noch ganz schön Viel vor uns Wenn wir das aufholen wollen So Okay Ähm Ja Schauen wir mal durch Was wir noch zeigen müssten Ähm Und zwar gibt es da nämlich Einige interessante Statistiken Die auch relevant sind Für die zukünftige Entwicklung Moment Wer hat wohl zur Kader? Weiß ich nicht Ob da Was für uns ist? Wahrscheinlich eher weniger Jetzt braucht er ewig Um das zu laden Macht mir gerade ein bisschen Angst Nicht dass es noch abstürzt oder so Okay Hat er jetzt Aber da können wir jetzt Da werden wir uns nicht finden Ne Da sind wir nicht drauf Auf der Liste Äh Schade Ich dachte das könnte man vielleicht auch Na Land sortieren Aber naja Wir Ich wollte sowieso was anderes zeigen Ich muss das nur finden Hier Finanzen zum Beispiel Das wird auch noch ganz spannend werden Also durch den Kredit Den wir aufgenommen haben Sind wir im Minusbereich Weil wir natürlich Kredit aufgenommen haben Und dann natürlich mehr ausgegeben haben Als wir haben Logischerweise sind wir dann Auf dem letzten Platz Ähm Ja aber schauen wir mal Wie sich das entwickelt Wir kriegen ja jetzt Geld aus der Champions League Qualifikation Ne Auch wenn wir nur in der ersten Runde dabei sind Also kann da vielleicht noch was draus werden So dann noch die Sponsoren Huch Paetano hat keine Sponsoren Warum haben die keine Sponsoren Was ist mit denen los Keine Ahnung Das war vorher noch nicht so Ähm Und sie sind ja auch nicht pleite Sie haben ja Der Verein hat ja Wert Also ich hab das schon festgestellt Wenn ein Verein pleite ist Dann steht er bei Werten Null Also wenn der wirklich verschuldet ist Aber keine Ahnung warum die keine Sponsoren haben Vor allem ist es ja Sponsoren Nichts anderes Weiß ich nicht genau Was das ist Vielleicht haben sie Ne gut das zeigt ja die Summe an Wenn sie Bandensponsoren hätten Dann würde es das ja da stehen Oder Auf jeden Fall sind wir bei den Sponsoren letzter Abgesehen von Paetano Wo ich nicht weiß was da los ist Warum die keine Sponsoren haben Ähm Und jedenfalls Schauen wir mal wie wir da noch Ob wir da aufholen können Weil wir werden auf jeden Fall In Zukunft mehr Prestige kriegen Und da kann ich mir vorstellen Dass das vielleicht daher kommt Dass wir so wenig Geld Von den Sponsoren kriegen Durch unser schlechtes Prestige Was mit Abstand Das schlechteste des Landes ist Die Frage Wie lange noch Hm Okay Ähm Das war eigentlich das Wichtigste Was ich zeigen wollte Vereinsumsätze Ist vielleicht auch noch Ganz interessant Ähm Einnahmen Wenn man mal noch Einnahmen sortiert Wir haben mit die größten Einnahmen Nicht total Nicht insgesamt die größten Höchsten Einnahmen Aber unter anderem Und die Ausgaben Sind bei uns auch Nicht die höchsten Also wir wirtschaften Gar nicht so anders Als die anderen Wenn man sich das mal anschaut Jo Also gut Wenn man jetzt nach Gewinn geht Sind wir schon letzter Aber gar nicht mit so Einen großen Abstand Ja wie gesagt Wir werden sehen Wie sich das in den nächsten Jahren Entwickelt Weil es fließt ja dann Jahr vor Jahr Denk ich mal Mehr Geld ins Land Ähm Gut Die Ausgaben könnten auch steigen Aber Normalerweise beim Fußballmanager Steigen die Einnahmen Schneller als die Ausgaben Das war zumindest in der Vergangenheit Immer so Gut Ähm Ich glaube das war auch das Wichtigste Was ich zeigen wollte Den Rest möchte ich glaube ich Gar nicht mehr zeigen Weil ich das nicht So spannend erachte Aber An euch gilt auch immer der Appell Falls ihr irgendwas zeigen Äh Falls ihr irgendwas sehen möchtet Dann sagt Bescheid Dann Dann zeige ich das Wenn ich es hinkriege Aber das dürfte ja bei Statistiken Grundsätzlich nicht so schwer sein Wir können zum Beispiel uns die Zuschauer-Tabelle anschauen Da sind wir nämlich Mit weitem Abstand vorne Weil wir eben die ganzen Freikarten Verteilt haben Aber da müssen wir eventuell In Zukunft davon ablassen Das könnte passieren Weil ich habe so ein bisschen Angst Dass der Vorstand uns das Vertrauen Entzieht Wenn wir das machen Weil er das nicht versteht Was wir machen Der versteht nicht Dass wir Freikarten verteilen Um durch Stadioninfrastruktur Geld einzunehmen Was auch funktioniert Das versteht der Vorstand nicht Und denkt Du verkaufst keine Karten Du wirtschaftst es schlecht Aber das ist ja nicht unbedingt damit gesagt Aber genau das wird immer kritisiert Da steht immer Der Kartenverkauf läuft schlechter als erwartet Und dann kriegt man einen Punkt abgezogen Ähm Vorstandsvertrauen Also Hm Weiß ich noch nicht Wie das Wie sich das entwickelt Aber gut Ich denke mal Das sind die Statistiken Die ich zeigen wollte Ich weiß jetzt auf Anhieb auch nicht genau Was ich noch mehr zeigen sollte Bevor wir weitergehen Ähm Eventuell Falls irgendwas ist Könnt ihr ja Bescheid sagen Und dann gehen wir nochmal zurück An diesen Punkt Dann kann ich das vielleicht Irgendwann mal nachliefern Falls irgendwas ist Was man später nicht mehr zeigen kann Ähm Aber ja Ich würde sagen Wir gehen erstmal weiter In die nächste Saison Ich habe alles erledigt Warum gucke ich immer In den privaten Bereich Da kann man sowieso Gerade nichts machen Weil der Spielertrainer Gerade verletzt ist Ach ja Eine Sache fällt mir noch ein Die wir noch machen müssen Denn äh Mauro Metallo Fühlt sich äh Mit seiner Partnerin Nicht ganz so wohl Weil sie nicht äh Seine Begeisterung Für Fußball teilt Ich meine Weiß ich nicht Ich könnte vielleicht Über sowas hinwegsehen Aber Mauro Metallo Der möchte Der möchte schon jemanden Bei sich haben An seiner Seite Äh Eine Person Die Auch wirklich Die Fußballbegeisterung So teilt Wie er sie selbst Verspürt Und deswegen Muss er leider Diesen Schritt gehen Und sich von seiner Bianca trennen Ja Es ist kein schöner Tag Aber manchmal Muss man auch Harte Entscheidungen treffen So Und das war die letzte Aktion Dieser Saison Das heißt Mauro Metallo Sucht jetzt Eine Eine Frau Ähm Die wirklich Seine Begeisterung Für Fußball Eins zu eins teilt Und Ähm Ansonsten Schauen wir mal Wie es mit dem Verein Weiter geht Jetzt kommt der Saisonübergang Und da kommen auch Nochmal einige Spannende Statistiken Und die schauen wir uns dann mal an Auf geht's In die neue Saison So Jetzt kommt der europäische Fairnesspreis Für alle die sich für solche Sachen Abseits unseres Vereins interessieren Aber ich kann an der Stelle Mal vielleicht mal Wünsche äußern Ich habe nämlich Über so ein paar Vereine die mir ganz lieb wären Äh Gut zumindest habe ich immer so Suche ich mir welche raus Und dann kann man mal schauen Ob man sich freuen kann oder nicht Ich nehme jetzt einfach mal Ich wünsche mir einfach mal Union Titus Petingen Dann den SV Mattersburg Und als dritten Schwierig Wen wünsche ich mir noch Einerseits würde ich mir vielleicht den FC Suntul George wünschen Weil ich mal Rumänisch gelernt habe Und deswegen immer so ein Weiß ich nicht Ich freue mich jedes Mal Wenn ich irgendwas mit Rumänisch sehe Und Moldawien ist ein rumänisches Land Aber weiß ich nicht Andererseits Habe ich auch mal Weiß ich nicht Bei FIFA Ich glaube ich mal Den AFC Bournemouth gespielt Bei FIFA 9 oder 10 Wo die noch in der 4. Liga waren Und Hab da Ich freue mich auch so ein bisschen über die Vor allem weil ich das Wappen von denen mag Aus irgendeinem Grund Ich mag vor allem die Farbkombi auch ganz gerne Deswegen gönne ich denen vielleicht auch Ja weißt du was Ich nehme Union Titus Petingen SV Mattersburg Und AFC Bournemouth Genau Die ich mir am ehesten wünsche Schauen wir mal Ob irgendein Wunsch davon erfüllt wird Juhu Einer wurde tatsächlich erfüllt Der AFC Bournemouth Hat es tatsächlich geschafft Und kriegt noch einen zusätzlichen Platz Im Europapokal Herzlichen Glückwunsch Und auch herzlichen Glückwunsch An Deportivo La Coruña Und FK Iskra Danilovgrad Wo kommen die her Noch gleich Ähm Montenegro Okay Gut Weiter geht's Ach ja übrigens Die Die Versprechen hätte ich noch zeigen sollen Das habe ich jetzt leider ein bisschen verpennt Aber die haben wir alle erfüllt Kann ich an der Stelle sagen Also Was Erfolg angeht Rotation Disziplin Gute Stimmung Fokus auf junge Spieler Das hat alles hingehauen Die Versprechen haben wir alle erfüllt Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt Aber es hat geklappt So viel sei gesagt Gut Ansonsten warten wir jetzt ein bisschen Dass das Spiel das alles ausrechnet Was es auszurechnen gibt Da können wir erstmal nicht viel machen Als warten Aber hier kriegt man auch mal ein paar Statistiken gezeigt Ich meine wir könnten hier vielleicht auch mal reinschauen Wenn ich meine Maus finde Oder Ne die war nicht mehr zu bewegen Weil er gerade weiter gehen wollte Okay Dann kriegen wir jetzt weitere Statistiken zu uns gezeigt Wir sind Erster geworden Was auch das Saisonziel war Also Ne Coppa Titano haben wir auch gewonnen Und Coppa die Lega Haben wir Ja Sind wir in der ersten Runde ausgeschieden Gegen Juvenesto Gana Was äußerste Enttäuschung war Vor allem weil wir erst Am Anfang 1 zu 0 in Führung lagen Und dann Insagi so einen komischen Kopfball zum Stürmer gemacht hat Warum auch immer So Bester Feldstieler ist Mattia Petrucci Bester Torschütze ist Mauro Metallo Und meiste Vorlagen von Nicolo Cannavalo So Dann Finanzergebnisse Natürlich negativ Wie bei allen bisher Hoffen wir mal Dass sich das bessert Ähm Was es nach meiner Erfahrung Mein Testläufen Eigentlich auch gemacht hat So Durchschnittliche Zuschauerzahl Ist nach Die Hälfte der Stadionauslastung Was eigentlich immer so ist Wenn man die Freikarten rausgibt So viele wie es geht Dann Neuzugänge 57 Ist natürlich krass Aber das kommt von den ganzen Jugendspielern Die verpflichtet haben Die Abgänge Weiß ich gar nicht Wie das gerechnet wird Wo wir denn so viele Spieler abgegeben haben Das ist Die Zahl ist immer so hoch Das kann ich nicht Wirklich verstehen Feststehende Abgänge Zur neuen Saison Sechs Das sind halt Verträge Von den ersten Spielern Also von den ursprünglichen Spielern Vom ersten Tag Die jetzt auslaufen Die ich ja grundsätzlich Nicht verlängern möchte Weil ich ja nur Jugendspieler Haben möchte So 57 Jugendspieler Wurden für die aktuelle Saison Mit einem Profi Profi Vertrag ausgestattet Also so eine hohe Zahl Werden wir wohl nicht mehr sehen Wie diese Saison Wir haben ja auch den Kompletten Kader umgestellt Wie gesagt Komplett mit Jugendspielern Auch nichts aus anderen Vereinen Geholt Immer alles aus der Jugend So Die zweite Mannschaft Ist vierter geworden Da gibt es über die anderen Sachen Keine Infos Obwohl Coppa Titano Eigentlich schon Eine Info da sein könnte Theoretisch Aber da steht halt Aus irgendeinem Grund Keine Naja Okay Bester Feldspieler Ist Roberto Ametrano Bester Torschütze In Wirklichkeit Sind es auf jeden Fall Bei ihm 24 Punkte Und ich glaube Die Zahl stimmt auch nicht Weil der auch irgendwie Eine zweistellige Entwicklung Glaube ich gemacht hat Naja gut Die Zahl ist ein bisschen Verpackt So Budgets Ähm Da bin ich mal gespannt Die Budgets haben wir Auf jeden Fall alle eingehalten Also da kann uns der Vorstand eigentlich Keine Vorwürfe machen Wenn der so große Budgets macht Hm Naja gut Der Kredit fällt ja Nein kein Budget Den haben wir erstmal Aufgenommen Um überhaupt ein Budget Zu haben So Ansonsten Ähm Alles okay Die Ziele sind okay Und auch die Ähm Die Budgets Sind wie gesagt Alle eingehalten Aber das Finanzvertrauen Ist trotzdem sehr niedrig Wie gesagt Ich glaube das liegt einfach Entweder das liegt daran Dass das Vereinsvermögen Abgenommen hat Was ein valider Punkt wäre Aber es kam immer Zusammen mit der Bemerkung Auch dass der Kartenverkauf Schlechter läuft Als erwartet Und da habe ich Vermutung Dass das vielleicht Auch der Grund sein könnte Also entweder Ist das allgemeine Vermögen Der Grund dafür Oder es ist Der Kartenverkauf Mit dem die nicht Gerechnet haben Dass die nicht verstanden haben Dass das gesunken ist Aber ich hoffe mal Dass uns das nicht Irgendwann den Kopf Und Kragen kosten wird Das Vorstandsvertrauen Weil wie gesagt Wenn das wirklich Mit dem Kartenverkauf Zusammenhängt Dann ist das noch nicht Mal gerechtfertigt Dass wir das Vertrauen Verlieren So gesehen Weil wer Nach der Argumentation Da trotzdem mehr Geld Verdienen würden Nur dass der Vorstand Das nicht versteht Naja Die Spieler Was haben wir denn Wir schauen mal Auf unsere Leute Da haben wir Filippo Amore Als den Jüngsten Mit 16 Jahren Und 185 Tagen Dann haben wir Doch den Joker Marco Canarsa Mit 5 Einwechslungen Und 4 Toren Und dann gehen wir Runter in die Reserve Da hätten wir Den Jüngsten Mit Roberto Ametrano 17 Jahre Und 7 Tage Und Sonst noch was Nein Das war's Okay Dann kommen Tops und Flops Genau In der ersten Liga Haben wir Den besten Sturm Die beste Abwehr Und Wir sind Das beste Heimteam Aber nicht Das beste Auswärtsteam Ja Wir haben uns Ja auch Ein bisschen Schwer getan Dass wir Meister Geworden sind Hat sich Aber erst Sehr spät Rausgestellt So Ansonsten Die Reserve Die Reserve Liga Da haben wir Gar nichts Geschafft Wenigsten Weder im Positiven Noch im Negativen So Gut Saisonanalyse Ich glaube Jetzt könnte es laut werden Weil dann immer so Plus und Minus Dinger kommen Also Ich sag an Es könnte einen Krach geben In 3 2 1 Doch nicht Komisch Okay Weiß nicht warum der Krach Diesmal ausgeblieben ist Sonst Macht jedes Symbol Hier was man sieht Macht jedes Symbol Was man hier sieht Ein Geräusch Und das kommt alles Auf einmal Und das ist nicht angelehnt Aber Heute anscheinend mal nicht Verstehe ich nicht So Wir haben das Team verbessert Wir haben die Reserve verbessert Wir haben die Jugendabteilung verbessert Wir haben bessere Mitarbeiter Wir haben eine tolle Stimmung im Kader Wir haben uns taktisch extrem verbessert Wir haben eine tolle Moral Wir haben Budgets alle eingehalten Aber wir haben großes Verletzungspech Wobei ich mir vielleicht auch vorstellen kann Dass es allgemein so ist Dass man viele Verletzungen hat Durch die neuen Parameter Aber wir haben auch ein sehr schlechtes Finanzergebnis Gut Die Verletzungen können wie gesagt Auch von der schlechten medizinischen Abteilung kommen Die wir haben Aber wie gesagt Sehr schlechtes Finanzergebnis Müssen wir mal schauen Wie sich das noch entwickelt Dass hoffentlich das Geld jetzt Die Champions-League-Qualifikationen reinkommt Das wäre schön Okay Dann würde ich sagen Gehen wir weiter Jetzt berechnet er nochmal ein bisschen was Man sieht da unten Die Länder durchrauschen Für Lichtenstein braucht er länger Warum auch immer Vielleicht auch weil es das letzte ist Und jetzt andere Sachen berechnet Und es einfach immer noch da steht Man weiß es nicht Naja ich bin gerade am überlegen Ob man vielleicht Siegesprämien ausschreiben sollte Wenn wir in der Champions League antreten Denn wenn wir da ja gewinnen Würden wir ja noch viel mehr Geld verdienen Ne Also Quasi doppelt so viel Mindestens glaube ich Deswegen könnte man überlegen Dass man vielleicht Weil es unwahrscheinlich ist Dass wir gewinnen Weil die Gegner ja schon mal mehrere hundert Punkte stärker sind Als wir Egal aus welchem Land sie kommen Weil ich ja Samarino als einziges Land So wirklich so schlecht gemacht habe Wie es da ist Die anderen sind immer noch ein bisschen stärker geblieben Was ich aber eigentlich ein bisschen unrealistisch fand Aber ich konnte nicht jedes Land so anpassen Weil ich mich dann auch wirklich hätte reinhängen müssen Das richtig anzupassen Aber es wäre dann ein bisschen zu viel gewesen Der Vorbereitung Jedenfalls ist Samarino als einziges Land so schwach Ich meine ich wollte ja auch starke Konkurrenz haben im Ausland Und deswegen werden wir wahrscheinlich nicht Die ersten Runden in der Champions League Qualifikation schaffen Aber Aber Ganz wichtig ist Wenn man die Die Siegesprämien ausschreibt Und man sollte Man sollte tatsächlich dann die nächste Runde schaffen Dann würde man Das würde sich ja auf jeden Fall auszahlen Auf jeden Fall Ich glaube so viel Siegprämie Wobei doch man kann glaube ich so viel Siegprämie Ja man kann Man kann so viel Siegprämie geben Dann kriege ich ja glaube ich nur so 200.000 oder so Okay Also müssen wir auch ein bisschen kalkulieren mit der Siegprämie Es ist nicht ganz so einfach Jedenfalls Jedenfalls haben wir hier Die Fernsehgelder Die natürlich niedrig sind Aber das habe ich ja auch wieder Wie immer Bewusst eingestellt Dass sie niedrig sind Ähm Und die Reservemannschaft kriegen ja auch Auf Fernsehgelder Interessanterweise Gut aber Ich meine Wer will sich auch im Fernsehen Ein Ligaspiel von San Marino anschauen Wenn wir ehrlich sind Ist jetzt nicht das Sehenswerteste auf der Welt Da kann man sich auch einen Amateurverein Vor der eigenen Haustür anschauen Und beim aktuellen Stand Würden die vielleicht sogar besser spielen Als San Marino bei uns Naja jedenfalls Die Saisonzufassung sagt Dass Real Madrid Champions League Sieger geworden ist Olympique Marseille Die Europa League gewonnen hat Also diesmal nicht nur Finale Sondern tatsächlich auch den Sieg Davon getragen Und den Supercup Den hat Manchester United gewonnen Und die FIFA-Club-Weltmeisterschaft Ging auch an Real Madrid So Ansonsten kann man hier Noch mal durchscrollen Für alle die schauen möchten Wer Meister Wer Vizemeister Wer Pokalsieger Und Liga Pokalsieger geworden ist Deswegen scrolle ich mal Für alle durch Die sich das interessiert Wie gesagt Ich bin da ja Nicht immer so hinterher Deutschland Liga Pokal Ich bin verwirrt Weiß ich nicht genau Was es damit auf sich hat Ähm Naja Jedenfalls Schau ich dann mal nach Weil das interessiert mich Jetzt tatsächlich ein bisschen Moment Da müssen wir mal eben nachschauen Wie kam das denn zustande So Also Schalke hat einen Liga Pokal gewonnen Aus irgendeinem Grund Nö Hier steht jetzt wieder nix Keine Ahnung Wie die darauf gekommen sind Okay ich scroll mal weiter durch Also in Ländern wie England Oder Frankreich Gibt es ja tatsächlich Liga Pokal Wir sind noch gleich durch Mit dem durchscrollen Der hier ging zum Beispiel An Fai Tano bei uns Wie gesagt Der Liga Pokal In San Marino Ist fiktiv Aber ich wollte einfach Die Gelegenheit nutzen Zusätzlich einen Titel zu erstellen Weil Wettbewerb zu erstellen Einfach Damit man halt Mehr Titel hat Auf die man sich freuen kann Die man gewinnen kann Wenn es gut läuft So Dann die Aufsteiger und Absteiger Oder braucht auch noch mal eine Weile Um das zu berechnen Die scrolle ich auch noch mal durch Für alle die es interessiert Also Wer sich das ein bisschen Genauer anschauen kann Der muss eben wie gesagt Das Video anhalten Also das dürfte Eine einfache Übung sein Denke ich mal So Damit hätten wir das gezeigt Und jetzt gehen wir rüber Zur Jugendarbeit Da sind wir auch Ziemlich weit oben Durch die vielen Jugendspieler Die wir verpflichtet haben Schauen wir mal Wo wir nächste Saison stehen Ob wir dann schon Angreifen können Weinen sich nicht Vielleicht verschlechtert sich Unsere Jugendarbeit Auch dadurch Dass wir dann vielleicht Weniger Jugendspieler verpflichten Ich weiß auch nicht genau Wodurch man die Punkte kriegt Aber auf jeden Fall Haben wir schon mal Eine gute Arbeit geleistet Auf jeden Fall Also schauen wir mal In welche Richtung das noch geht So Die Ligaentwicklung sagt Ja gut Aber das finde ich interessant Die geschätzte Entwicklung In der nächsten Saison Also Fernsehgelder Die durchschnittliche Mannschaftsstärke Der Liga Stieg um 141% Der Punktwert Des Landes In der 5-Jahres-Wertung Stieg um 101% Wahrscheinlich durch den Oder vielleicht durch den Sieg von La Fiorita Gegen Shambrock Rovers Die Zuschauerzahl Die durchschnittliche Mannschaftsstärke Der Liga Achso Da steht immer Das gleiche Ich weiß auch nicht Genau was das soll Aber geschätzte Entwicklung In der nächsten Saison Ist das Ist das jetzt die Sind das jetzt die Die Mannschaft Ist das jetzt die Mannschaftsstärke Ist das jetzt die 5-Jahres-Wertung Oder ist das jetzt die Fernsehgelder Die hier stehen Und hier die Zuschauer Wahrscheinlich sind das Die Fernsehgelder Die geschätzte Entwicklung Der Fernsehgelder In der nächsten Saison Und die geschätzte Entwicklung Der Zuschauer In der nächsten Saison Weiß ich nicht Und hier haben wir nochmal Die Werte Für die Reserve Liga Aber stehen hier nicht Sonst mehr Werte Moment wenn ich jetzt Auf Deutschland gehe Zum Beispiel Nö Stehen auch so wenig Ich dachte Stünden mal mehr Werte So ein bisschen 4 bis zu 4 oder so Keine Ahnung Die FIFA Rangliste Die ist hier Im Gegensatz zum Vanilla Fußballmanager Tatsächlich relevant Weil hier doch Tatsächlich alle Nationalmannschaften Länderspiele bestreiten Deswegen kann man die Sich durchaus mal anschauen Und nicht irgendwann Einfach nur noch Nach Alphabet sortiert wird Und dann schauen wir mal Wo wir sind Wir dürfen ja irgendwo Ganz weit unten sein Ich hab uns noch nicht Entdeckt Aber ich hab auch noch Nicht mit uns gerechnet So wir sind auf Platz 201 aktuell Haben wir also noch Einen guten Weg zu gehen Lichtenteil ist auch Ziemlich weit unten Aber das liegt darin Dass sie glaube ich Einfach kaum Spieler bekommen Weil sie nur Einen Verein haben Oder nee Sie haben offiziell Noch nicht mal Einen Verein Sie haben inoffiziell Vereine Wie den FC Vaduz Der in der Schweiz spielt Der im Spiel Als Schweizer Verein Mit Jugendspielern Aus Lichtenstein So zählt Und so Also die haben Offiziell noch nicht Mal wirklich Vereine Oder so Deswegen haben die es Hier in diesem Spiel Ganz ganz schwer In der Realität Haben sie ja Sieben Vereine Und zwar Lass mich kurz Überlegen Den FC Vaduz USV Eschenmauren FC Triesen FC Triesenberg FC Ruggel Und FC Scharn Und FC Balzas Das waren die sieben Vereine Ach ich kann sie noch So die sieben Vereine von Lichtenstein So die Europas Top 11 Da bin ich mal gespannt Weil Ich hab mal Das kann ich an der Stelle Schon mal ankündigen Das hatten wir neulich Auch bei unserem MTV Gießen Netzplay gesehen Das hatte ich auch mal Als ich privat mal Mit der Eintracht Aus Frankfurt Eine Saison gespielt habe Dass die dann auf einmal Nach der Saison Alle Positionen Die ich abgedeckt habe Also was bei meiner Typischen Spielweise Einfach alle sind Außer die Flügelspieler Linkes und Rechtes Mittelfeld Die dann unbesetzt blieben Aber alle anderen Waren dann vom eigenen Verein Aus irgendeinem Grund Und Hier war das jetzt Bei uns noch nicht so Aber schauen wir mal Ob das irgendwann Tatsächlich noch passieren könnte Dass wieder dieser Bug Denn was anderes Ist es ja glaube ich nicht Zuschlägt Ich weiß nicht wie das Zustande kommt Aber okay Das ist aktuell Die Europas Top 11 Ist vielleicht gar nicht Mal so uninteressant Sich das anzuschauen Jetzt wo dann auch noch Echtspieler dabei sind Und da gehen wir mal weiter Kommen wir zur Auslosung Der Coppa Tidano Der ersten Runde Wir haben auch tatsächlich Ich glaube unsere erste Mannschaft Die Unsere erste Mannschaft Die steigt glaube ich Später ein So war das Wenn mich nicht alles täuscht Und dann haben wir Die A-Jugend Die B-Jugend Und die Reserve Die hier Zur Auslosung stehen Allerdings Da die Spannung Da man zu den meisten Vereinen Ja wenig Bezug hat Wird die Auslosung Nicht so spannend sein Deswegen werde ich einfach mal Das überspringen Vor allem weil man nicht Genau erkennen kann Ob man jetzt gegen erste Gegen Erste Mannschaft Zweite Mannschaft Oder A-Jugend Wobei zweite Mannschaft Erkennt man immer am Namen Weil der Rest steht Aber wie gesagt Erste Mannschaft A-Jugend Aus der letzten Saison Ah ok Das kann man hier So noch gar nicht sehen Kann man das hier sehen Müssen wir das eventuell Später uns noch anschauen Ja dann schauen wir uns das später an Wen es denn tatsächlich erwischt hat Also irgendwas mit Volgore Falciano Virtus und Domagnano Das kann man jetzt noch nicht so richtig erkennen Aber bei den anderen Pokalen Erkennt man das eher Weil da spielen ja nur Mannschaften von einer Sorte Gegeneinander Also hier haben wir zum Beispiel Nur erste Mannschaften Das heißt Hier ist es tatsächlich interessant Aber ich überspringe das auch mal Weil wir ja zu den meisten Mannschaften wenig Bezug haben So Und zwar spielen wir gegen Trepende Die sind in der letzten Saison Letzter geworden Also Das ist das Duell Erster gegen Letzter Wie man sehen kann Da haben wir das leichteste Losgezogen Was wir ziehen können Nur leider auswärts Also zu Hause wäre noch Einfacher geworden Aber wir haben Einfaches Los erwischt Wie man sieht La Fiorita Unser Rivaler Aus der letzten Saison Spielt gegen Falciano Die Sechster geworden sind So Hier gibt es auch immer So ein Kommentar Ein Derby Das ist natürlich ein Spiel Auf das sich die Fans freuen Ja gut Es sind alles Derbys Weil die Entfernungen So klein sind Es wird vom Spiel Alles als Derby Bewertet Aber gut Kommen wir zur Reserve Hier hat man natürlich Logischerweise Nur Reservemannschaften Und hier spielt Unsere Reserve Gegen die Reserve Von Domagnano Die Siebter geworden sind Also Vierter gegen Siebter Spielt hier in der ersten Runde Gegeneinander Wieder auswärts Wie man sieht Dann kommen wir zur U19 Wo unsere U19 Spielt So Und zwar gegen Cosmos Spielen sie Dann schauen wir mal Wie das da Letzte Saison stand Tabellen Vierter Gegen den Tabellen Siebten Und dann bleibt noch Die U17 Der U17 Pokal Da ist unsere Mannschaft Auch dabei Und wir spielen gegen San Giovanni Also lasst euch nicht von Aquaviva Hier SL Aquaviva Und SL Borgo Maggiore Irritieren Für die Jugendlichen Erstellt das Spiel Merkwürdigerweise Immer noch zusätzliche Vereine Oder zumindest Allermeistens Und packt die Die Jugendlichen Aus irgendeinem Grund Rein Auch wenn Ohne die Mannschaften Ohne diese Vereine Schon genug Platz wäre Also diesen Computer generiert Da habe ich noch Wappen der Gemeinden Eingefügt Wo sie herkommen Aber ja Nur mal kurz zur Info Falls es jemand nicht weiß So und wie gesagt San Mario Calcio Gegen San Giovanni Und zwar der Tabellen Fünfte Gegen Tabellen Sechsten Aus der letzten Saison Also wirklich Verspricht ein knappes Duell zu werden Aber es kann auch sein Dass wir mittlerweile Stärker sind Als unser Platz aussagt Unsere Bejugend Mit dem ganzen Talent Was sie da haben Schauen wir mal In welche Richtung das gehen mag So das waren die Auslosungen Jetzt kann man noch Sich die internationalen Vertreter anschauen Falls einen das interessiert Deswegen scrolle ich Da auch nochmal durch Wie gesagt Falls ich da jemand Was genauer anschauen möchte Ihr seid herzlich dazu eingeladen Die Pause Das zu drücken Wir sind natürlich Champions League Vertreter Witz Meister Des Landes Steigen Ja mit Sicherheit In der allerletzten Qualifikationsrunde ein Aber ansonsten Haben wir noch Juvenis Tugana Und LaFiorita Mit von der Partie Also wie man sieht Mit dem Liga Pokal Qualifiziert man sich Bei uns anscheinend Das kann man glaube ich Nicht scripten Nicht dass ich wüsste Aber auf jeden Fall Qualifiziert man sich Bei uns mit dem Liga Pokal Nicht Für einen Wettbewerb Also Ja Das sind dann wohl einfach Nur die nächstbesten In der Liga Oder ist das vielleicht Die B-Mannschaft Die jetzt Äh Ich glaube tatsächlich Kann das sein Dass sich hier tatsächlich Der Pokalfinalist Für den Internationalen Für den Internationalen Wettbewerb Qualifiziert hat Ich glaube schon Oder Ist tatsächlich Die B-Jugend Jetzt in der Euroleague Antritt Wenn ich das richtig sehe Also das Legt es nahe Die niedrige Mannschaftsstärke Das niedrige Durchschnittsalter Und die 14 Hier Und wenn man bedenkt Dass das unser Finalgegner war Oha Oha Hier spielt Wohl tatsächlich Die B-Jugend Von Juvenisto Ghana In der Euroleague Qualifikation mit Ach du Schande Oha Wenn man das jetzt Weiterdenkt Angenommen wir hätten Irgendwann die allerbesten Mannschaften des Landes Wenn das optimal Weiterlaufen würde Dann wäre das doch Theoretisch so Dass wir Dass wir demnach Also Wenn wir im Finale Auf unsere eigene Mannschaft treffen Wir dann automatisch Auch Vertreter In der Euroleague Haben Oder Das wäre ja witzig Anscheinend könnte Das tatsächlich Passieren Krass Krass Ähm Was soll man dazu Sagen Witzig Also ich hätte nicht Gedacht Dass das tatsächlich Passieren würde Dass man hier Tatsächlich mit einer Jugendmannschaft Sich für Die Euroleague Qualifizieren kann Aber es sieht Ganz danach aus Wahnsinn Die Frage Ob das in der Realität Funktionieren würde Hm Oder ob sie Oder es ist die Frage Ob sich zweite Mannschaften Überhaupt qualifizieren können Für den Für den Pokal Oder ob das vielleicht Bei denen deaktiviert würde Und es vielleicht Von den Programmierern Bei den Jugendmannschaften Nicht deaktiviert wurde Weil Man da vielleicht Nicht damit gerechnet Hat Dass es Zu dieser Situation Kommen könnte Oder so Hm Weiß ich nicht Jetzt Wenn man mal überlegt Wie viel Geld das bringen könnte Wenn man da tatsächlich In zwei Wettbewerben Gleichzeitig mitspielen könnte Das wäre ja krass Oha Also wir müssen unbedingt versuchen Zwei Mannschaften von uns Ins Pokalfinale zu bringen Oder mit Der einen Mannschaft Meister zu werden Und mit der anderen Mannschaft Den Pokalsieg zu holen Oder so Das ist ja interessant Okay Ich würde sagen Wir nehmen das mal runter Denn Lieber die Erwartung Niedrig halten Das ist wahrscheinlich besser Im Umgang mit dem Vorstand Ich meine Die Budgets Die werden wahrscheinlich Sowieso nicht ausnutzen Die wir kriegen Deswegen habe ich mal Die Erwartung Gesenkt Also Meisterschaft Da können wir leider Nichts dran ändern Wir sind die mit Abstand Beste Mannschaft Wir müssen Meister werden Aber beim Pokal Wird nicht ganz so viel erwartet Denn da kann anscheinend Immer mal was schief gehen Das sieht wohl der Vorstand Auch ein So und die Qualifikation Die haben wir schon erreicht Da können wir gar nicht enttäuschen Ich meine Wir könnten auch sagen Wir wollen übrigens Die Champions League gewinnen Dann hätten wir auch Ein schönes Budget Aber einerseits Ja Wäre das unklug Dieses Budget dann auch auszunutzen Weil der Verein das Geld Gar nicht hat Das wir dann zur Verfügung gestellt bekommen Das ist sozusagen Ein Kredit vom Vorstand Den wir damit abzahlen Indem wir dann tatsächlich Auch den Titel holen Das würde nicht funktionieren Weil wir das nicht schaffen würden Also Qualifikation Das haben wir schon erreicht Da können wir nicht enttäuschen So Genau Bin am überlegen Ob man vielleicht dann noch Man könnte vom Transferbudget Noch Geld abziehen Und das wohl anders draufsetzen Auf sonstiges zum Beispiel Oder von der Infrastruktur Wer ich hier unbedingt Was ausgeben will Das könnte man auch noch abziehen Eventuell müssen wir jetzt Gleich ein bisschen was Zurücknehmen Weil die Werte Die hier stehen Die lassen sich nie so gut abbilden Weiß ich jetzt nicht Ob das jetzt tatsächlich So funktioniert Wie ich das jetzt Unversortiert habe Eventuell müssen sie gleich Korrigieren Schauen wir mal So Okay So Und damit Beginnt die Nächste Saison Ich höre keine Musik Ach so Jetzt weiß ich wieder Warum ich keine Musik höre Wir haben Wir haben Überhaupt jetzt Komplett gar keine Musik gehabt Jetzt weiß ich wieder Wohin das lag Das war jetzt eigentlich Gar nicht so gedacht Ich hatte nur vorhin Die Musik Beim Simulieren Ausgeschaltet Weil ich Im Hintergrund Noch was gehört habe Und damit wollte ich mich Nicht von der Musik Im Spiel ablenken lassen Das ist mir jetzt erst eingefallen Es tut mir leid Dass wir jetzt Die ganze Zeit Keine Musik hatten Aber das ist mir gar nicht aufgefallen Weil ich Wie gesagt Die ganze Zeit Keine Musik hatte Im Spiel Äh ja Jetzt erklärt es auch Warum wir keinen Ton Da bei den Ein An der Einstelle Hatten Wo ich davor Gewarnt habe Naja Egal Ich habe ja die ganze Zeit Geredet Vielleicht Ist einem dann nicht Langweilig geworden Jedenfalls Wir sind noch gleich fertig Ähm Wir schauen uns noch mal An Was die neue Saison bringt Und zwar Ähm Hier die Pokalprämie Die dürfte interessant sein 220.000 Haben wir schon bekommen Dadurch haben wir wieder Ein bisschen größeres Budget Zwar nicht so groß Wie am Anfang der letzten Saison Aber es ist ein bisschen Größer geworden Vielleicht steigen ja sonst Noch ein paar Einnahmen Das wäre ganz schön Ich meine Zuschauer kriegen wir Hoffentlich auch noch ein paar Das wäre zumindest ganz schön Kann man mal gerade gucken Wenn wir hier auf Kartenverkauf Nein Kartenverkauf Gehen Ähm Guck mal an Also da dürften wir Ein paar Zuschauer kriegen Also da können wir Im Optimalfall ein bisschen Geld rausholen Ähm Schauen wir mal Wie viel das sein wird Aber das ist auf jeden Fall Auch noch eine Möglichkeit Okay Ähm Ein Heimspiel haben wir ja Auf jeden Fall In der Champions League Und ansonsten Ja die Pokalprämien Für die nationalen Pokale Sind natürlich wieder niedrig Weil ich die so eingestellt habe Also lasst euch da nicht Von irritieren Äh Genau wie das Was man hier sieht Ehrlicher Bericht Oha Verlust von 499.000 Aber hier können wir Nochmal die Versprechen zeigen Also Pokalsieg angekündigt Ist eingetroffen Ähm Saisonziel erreichen Ist eingetroffen Rotation ist eingetroffen Für Disziplin haben wir gesorgt Wir hatten eine gute Stimmung Wir hatten Hauptsächlich junge Spieler Aufgestellt Ich meine Wir hatten ja auch Nur junge Spieler Und wir haben Ja die Meisterschaft Angekündigt Und das auch erreicht Soviel dazu Ähm Ja Ansonsten würde ich sagen Waren das erstmal Die wichtigsten Sachen Gut Sponsoren sagt Habe ich keinen veranstaltet Fein Club auch nicht Abschlussfeier auch nicht Habe ich alles nicht veranstaltet Weil das alles Geld kostet Das Geld wollte ich mir sparen Das ist schön für den FC Chelsea Das sind die Mitgliedsbeiträge Und ich würde sagen Achja Vom Sponsor kriegen wir auch Eine Kleinigkeit Was aber wirklich Eine Kleinigkeit ist Ähm Ja Wir treffen übrigens auf Hibernians Weiß nicht Hibernians Hibernians Ich kenn das Wort gar nicht so richtig Äh auf jeden Fall aus Malta Kommen die Und sind auf jeden Fall Mehrere hundert Punkte stärker als wir Mindestens 100 Punkte Je nachdem Je nach unserer Form Und äh ja Das haben wir schon gesehen Ähm In der U17 Spiel gegen San Giovanni Es ist Cosmos In der U19 Und die Reserve spielt gegen Den FC Domagnano Und ähm Im Supercup Treffen wir auf die B-Jugend Von Juvena Storgana Und da können wir gerade nochmal gucken Ob die tatsächlich Euroleague spielen Die B-Jugend Jo Die B-Jugend spielt tatsächlich Euroleague Gegen Gegen Vereine aus Lettland Wenn ich das richtig sehe Kann man gerade nicht sehen Aber die müssen aus Lettland kommen Ähm Was sagt man dazu Vielleicht kriegen wir irgendwann auch Eine Jugendmannschaft Oder vielleicht sogar die Reserve Ich weiß nicht ob das geht Aber vielleicht kriegen wir Eine Jugendmannschaft von uns Irgendwann mal in die Europa League Reingeschmuggelt Das wäre witzig Ähm Ja Und ansonsten Äh Den Liga Pokal Da treffen wir auf Trepende Genau das war ja der letzte Aus dem letzten Jahr Und jetzt können wir hier nochmal schauen Ne das wird auch nicht Wie richtig angezeigt Welche Mannschaft das ist Aber das können wir gleich so nachschauen Wir treffen Moment Begegnungen Unsere erste Mannschaft trifft Aber noch auf niemanden Stimmen die Stärken jetzt in der späteren Runde ein Unsere zweite Mannschaft trifft auf Öh Bin ich blöd Steht hier nirgendwo Steht denn das nirgendwo Ich bin verwirrt Keine Ahnung warum das hier nicht steht Ja gut dann kann ich die Information jetzt leider nicht liefern Also jemand spielt gegen Volgore Falciano Jemand spielt gegen Virtus Aquaviva Und jemand spielt gegen De Magnano Aber wir wissen auch noch nicht Welche Mannschaft von ihnen das ist Und welche Mannschaft von uns Das ist jetzt ein bisschen doof Aber gut das können wir gerade nicht ändern Da erbände ich mal seine Karriere Das ist schön für ihn Also wünsche ich dir noch einen schönen Jugend Äh Jugend was Ruhestand wollte ich sagen Nicolo Valdata Also viel Spaß dort Wie komme ich auf Jugend Keine Ahnung Ähm Das ist genau das Gegenteil davon So ich denke mal aber Ich habe jetzt erstmal so grundsätzlich gezeigt Was zu zeigen gilt Und Ähm Ja Ich denke mal vielleicht wenn wir die Versprechen machen Oder sowas Ich werde wieder die Die Saisonvorbereitung werde ich wieder Alleine machen Ähm Aber Für die wichtigsten Sachen werde ich euch Wohl noch dazu holen Also das war jetzt erstmal der Saisonübergang Leider ohne Musik Weil ich zu blöd bin Dass mir aufgefallen ist Dass ich den Ton weggenommen habe vom Spiel Um Äh Ja Ein bisschen was im Hintergrund laufen zu können Aber Ja Leider Ist mir das Nicht aufgefallen Gut Wir werden übrigens die Champions League Spiele Ohne unseren Spielertrainer bestreiten müssen Wie ich gerade sehe Tatsache Tatsache Ohne unseren Spielertrainer müssen wir das angehen Och man Die wichtigsten Spiele des Jahres Ohne unseren Spielertrainer Ärgerlich Na ja gut Dann würde ich sagen Dankeschön fürs Zusehen Und wir sehen uns dann Ja Zum Beginn der nächsten Saison Wieder Danke fürs ertragen des Videos für heut Kannst du mir bitte sagen Ob dich das Filmchen freut Daumen hoch und runter Die stehen dafür bereit Und kommis machen munter Und kommis machen munter Die lese ich jederzeit Kommst du zu der Entscheidung Du willst da mehr von sehen Dann kannst du zur Beschreibung Und zum Abo-Button gehen Und fandest du was scheiße War's deine Wahl Der Qual Ansonsten gute Reise Und bis zum nächsten Mal Ba-dum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Ba-dum-bum-bum-bum-bum Ja Bum